Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Shopping Shop 24 mit mir, Ihrer Vivian Florentin Kramer. Wer kennt sie nicht, liebe Zuschauer, die ungeschlagenen Königin des Schlagers, die Amigas. Die sympathischen Schwestern Bärbel und Karl-Heinz haben den Mut, ihre Träume zu leben. Und dieser Mut wird belohnt, denn auch Ihr nächster Traum geht in Erfüllung. Das neue Amigas-Album ist da, die Armbanduhr des Lebens. Die Armbanduhr des Lebens hat immer Sommerzeit. Wir haben eine Stunde länger für alles, was uns freut. Ja, die Armbanduhr des Lebens und die hat immer Sommerzeit. Eine Bekundung, wie sie nur Bärbel und Karl-Heinz hinden können. Ein Album voller Emotionen und Liebe. Liebe ist doch keine Einbahnstraße und kein Heißverkehr. Und wenn man zu schnell wird, dann ist der Tag bald leer. Ja, 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 ja. Oft verläuft das Leben im Zickzack. Das wissen auch Bärbel und Karl-Heinz. Auf ihrem neuen Album verraten uns die beiden bescheidenen Musiklegenden, dass man verliebt niemals in eine Einbahnstraße fahren darf. Das hat wie im richtigen Leben Konsequenzen. Aber auch die alltäglichen Dinge finden Platz auf diesem außergewöhnlichen Album. Mein Lieblingstier ist die Bratwurst. Und das ist die Musiksensation des Jahres. Denn zum ersten Mal singen die Amigas englisch. Sorry, my English is under all pink. But that is me so warm of sausage. You are well done, the colorful dog. But please take you in eight. Das aber wohl emotionalste Lied des Albums haben Bärbel und Karl-Heinz all ihren Fans gewidmet, die immer an ihrer Seite sind. Hören auch Sie nicht auf die anderen, denn die Amigas sind sich sicher, auch Sie sind wunderschön. Und deshalb bestellen Sie noch heute die Armbanduhr des Lebens. Das neue Album der Amigas. Und wenn Sie jetzt anrufen, bekommen Sie kostenlos dieses wunderschöne Original. Amigas Armbanduhr des Lebens. Armbanduhr Armband. Aus ganz hochwertiger Bautzner Qualitätspresspappe. Ein absolutes Master für alle Fans. Damit haben auch Sie immer Sommerzeit. Greifen Sie jetzt zum... Die Amigas Armbanduhr des Lebens. Die Amigas Armbanduhr des Lebens.